So, liebes Pupikum, 25 Jahre Musikschule Fröhlich und ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich Sie hier alle begrüßen darf. Ich hatte vor 25 Jahren einen Traum, ein Orchester zu haben. Wir begrüßen Sie mit mir, die Akkorde in der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder lieber doch den raus- und fehlerfreien Klang einer ZD. Untertitelung des ZDF, 2020 Viele liebe Grüße aus dem hohen Norden von mir, aus Trondheim. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020